Musik Heute Morgen auf der ersten Seite der SRZ-Ausgaben ein Foto. Und deswegen auch nicht umsonst eben diese Vorstellung, dass diese Kirche das Ebenwelt des Halbis ist. Und deswegen haben wir jetzt vorne auch einen Teuchter, das ist hier die Kirche in dieser Welt. Also ich glaube, es ist der Ursprung der SRZ-Ausgaben. Musik 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 Mir ist langweilig. Eva? Lars Hübner am Ball. Michael Degow nimmt den Ball, schreitet zur Tat und Abschlag! Wird gekontert von Lars Hübner. Erfolgreich. Abwurf im Hintergrund Lutz Wadenfuhl in grün mit gestreifter Hose gegen Knut Johansen. Ganz in Weiß bis zum Gürtel. Bevor wir wieder zurück ins Studio geben, noch eine kleine alternative Ansicht mit unserem Handycam. Übrigens, Knut raucht seit einiger Zeit nicht mehr. So, das war schnittfrei 1.37 Uhr aus dem Stadion in Brügge und damit zurück ins Studio. Meiner ist auch ganz weich. Meiner ist auch weich. Das ist voll lecker, was du da machst. Das ist voll lecker, was du da machst. Das ist voll lecker, was du da machst. Du bist doch nicht zuhause hier. Das ist eine Kleingartensiedlung. Das ist voll lecker, was du da machst. Das ist voll lecker, wie du da machst. Das ist voll lecker, was du da machst. Du kannst doch mal essen. Vielen Dank.